Ja, meine Familie, die leidet zum Teil. Nein, andersrum. Die Familie unterstützt natürlich meinen Job und mein Mandat. Ohne das ginge es nicht. Also wenn die jetzt wirklich ständig zu Hause sitzen würden, dann würde ich sagen, Sabine, wann kommst du nach Hause und wir wollen gern Samstag, Sonntag 24 Stunden rund um die Uhr mit dir verbringen. Das würde nicht funktionieren. Aber ich weiß, dass ich auch ihre Geduld nicht überstrapazieren kann und ich weiß auch, dass ich eine gesunde Balance brauche von Familie und Job. Und das bedeutet auch mal, dass ich mal einen Sonntagnachmittag sage, so und heute Nachmittag gehen gar keine Termine, heute Nachmittag steht meine Tochter und mein Mann im Mittelpunkt oder wir treffen uns mal mit Freunden oder genießen einfach nur mal den wunderschönen Westerwald bei einem schönen Spaziergang. Das muss es auch geben. Also solche Oasen der Ruhe braucht es auch. Und wenn ich irgendwo Kraft tanken kann, wenn ich irgendwo die Akkus aufladen kann, dann ist das bei meiner Familie. Dann ist das, wenn meine Tochter mir in die Arme läuft und Mama schreit. Das ist das wirklich dann, wo ich sage, ja, das ist super. Ja, weil wir kriegen auch von Freunden schon mal so zu hören. Oh, wie schafft ihr das? Und ist das nicht alles viel zu viel? Und bleibt dann nicht zu viel zu Hause liegen? Und was ist mit Familie? Dann sagt mein Mann immer so, ich weiß, dass ich keine 9-to-5-Frau geheiratet habe, sondern ich weiß, dass einfach mehr Engagement erforderlich ist. Und das wissen wir. Und von daher klappt das auch. Ihr wisst auch, ich wäre unglücklich, wenn es nicht so wäre.